Hallo, mein Name ist Mia Sonja Komor. Ich komme aus dem Kongo Brasaville. Ich mache auch spirituelle afrikanische Musik und sie nenne sich Afroplastik. Es hat einen Grund, warum ich das habe und damit rufe ich meine Vorfahren. Wir leben unsere Vorfahren. Das ist ein Zeichen, dass wir nicht alleine sind auf dieser Erde. Ich bin das afrikanische Alien. Hey, 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 hey. Es ist besser, im Regen zu tanzen, als auf die Sonne zu warten. Es ist besser, im Regen. Es ist besser, alle은 man chordieren. Es ist besser, als auf die raysheures und weiter durch sein. Die chillyode Stolzlä Sind hier in 100.000 USA und 300.000 WA